Salve Leute, ihr seht es eh schon im Hintergrund, ihr habt es eh schon im Titel gesehen und zwar hat sich wieder Treyarch was ultra nice für uns überlegt und zwar seht ihr gerade ab diesem Moment hier, also ab 19 Uhr heute am 11.3. am Freitag hier wurde ein neuer Patch hinzugefügt und zwar haben wir jetzt hier einen neuen Punkt im Schwarzmarkt, der Bestechung heißt und zwar Spezialistenthema ist da und ja, unten steht es eigentlich eh schon erklärt, garantiertes Spezialistenthema also man kann sozusagen diesen Händler bestechen, dass man extra legendäre oder epische Sachen also höhere Chancen auf legendäre oder epische Sachen hier auf Spezialisten, sage ich jetzt mal Anzüge oder so bekommt also keine Waffen, sondern nur mit Spezialisten, das Ganze gilt bis Montag 19 Uhr also ist eine begrenzte Zeit, aber ich denke mal, dass sie in Zukunft öfter solche Sachen machen werden zum Beispiel auch Bestechung, neue Waffenthema oder so, dass man leichter oder besser gesagt, dass man erhöhte Chancen auf sein Schwert oder so hat das denke ich mal, dass das in Zukunft stattfinden wird, also ich finde das gerade übelst nice die Idee auch dieses Design von der Karte schaut auch übelst nice aus kostet 300 COD Punkte oder 60 Kryptos, was eigentlich schon viel ist ich weiß jetzt nicht, ob sich das was wirklich bringt, aber wir werden ja sehen ich habe jetzt keine 60 Kryptos hier am Start, aber vielleicht hat von euch jemand schon in dieser oder vielleicht hat jemand von euch schon 60 Kryptos gehabt, hat das gleich schon ausgetestet würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, ob das wirklich cool ist dann würde ich auch sowas oft machen, falls euch das gefallen würde auch ein Take Opening oder so weiter und ja, das war es eigentlich, geht es nicht mehr dazu zu sagen ähm, ja das war es eigentlich mit diesem Video ähm, ich würde es halt echt auf eine Bewertung freuen, dass ich noch schnell dieses Informationsvideo für euch rausgehauen habe ansonsten sage ich, wer sich dieses Video bisher reingezogen hat der hat entweder kein Leben oder hat kein Leben so sind die Menschen heutzutage wir werden uns beim nächsten Video sehen, Leute haut rein und ciao Outro